Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Minimetro. Beim letzten Mal sind wir durch Hongkong und Osaka gerannt und gehen jetzt weiter in den Osten to Mother Russia und machen sie mal ganz kurz stolz, unsere Mutter. Denn... Ja, so, warte. Ha, jetzt hab ich's. Denn Mother Russia möchte auch eine... Straßenbahn... Hast du eine Straße? Ich weiß es nicht. Möchte auch Züge haben. Ja, Mütterchen mag Züge. Warum wissen wir noch nicht? Und es fängt halt wieder... Es ist immer so angenehm. Ich mag das Spiel halt wirklich gerne, weil man sich einfach ein bisschen zurücklehnen kann. Man kann auf die 3 drücken, alles schnell haben und währenddessen ganz ruhig die Zeit vergehen lassen. sich an alte Tage zurückerinnern. Denn früher... Früher war vieles anders. Auch hier haben wir natürlich wieder Brücken, weil... Beziehungsweise Tunnel. Ähm, weil Wasser. Ja. Wir mögen es nass. Und was brauchen wir? Wir brauchen 500, um ins nächste Gebiet kommen zu können. Ähm, ich weiß natürlich nicht, inwieweit das hier ein Problem sein wird. Ich hab nämlich komplett vergessen, wie, äh, Russland drauf war. Ich glaube, Russland hatte viel mit, ähm, ja, bekommene Lok und, äh, ich hätte gern noch ein Vagor. Ich glaube, dass Russland viel mit diesen Sonderdingern zu tun hat. Ich bin mir aber selber nicht mehr sicher. Ich hätte mir den Text durchlesen sollen. Ähm, man hatte ja mal so eine kleine Information zum jeweiligen Gebiet, in dem man gerade sich, äh, aufhalten möchte. Und ich glaube, hätte ich den mir durchgelesen, äh, dann wüsste ich, worauf ich mich eingelassen hab. Ähm, hier hab ich mich schon mal darauf eingelassen, dass, äh, ewig viel hängen bleibt an der Einstation. Jetzt nicht mehr. Gut, wir sind schon bei 60. Wir, wir haben schon fast geschafft. Wir haben schon, äh, mehr als ein Zehntel von dem, was wir brauchen. Die setzen wir da drüber, haben, äh, gleich gar keine, äh, Tunnel mehr. Und ich glaube, ich brauch noch einen Zug. Hm. Gut, äh, nehmen wir dafür einfach mal eine neue Bahn. Wir haben keine Bahn mehr. Das ist natürlich sehr gut. Äh, kann ich dich so setzen? Ja. Dann nehme ich eine Bahn von blau und setze sie auf grün und behalte den Waggon noch erstmal für mich. Nein, ich gebe ihm blau, denn, äh, auf blau ist ein bisschen die Hölle los. Wir haben hier eigentlich alles, was wir brauchen. Äh, jetzt wird's unangenehm. Warte, das kriegen wir hin. Damit sind wir ein Tunnel los. Ähm. Es hat funktioniert auf jeden Fall und mich juckt's gerade am Fuß. Da bekommen wir eine neue eh, Lok und ich hätte gern noch einen Waggon. Momentan schaut es noch friedlich und ruhig aus. Ich, äh, habe aber so ein bisschen Angst, Russland, ne? Ein Mavarascha train bereits hier. Äh, da schicke ich jetzt einfach mal dieses Grün hin. Was für ein Grün ist das? Mint, oder? Nein. Oder? Ich hätte damals vielleicht in der Farbenlehre aufpassen sollen. du fährst einmal nach der ganz unten in den Umweg, äh, weil du kannst. Und ich hätte gerne erstmal keine weitere Lok verbaut. Ich glaube, ich muss auf Grün, ähm, entweder einen Waggon setzen und ich glaube, eine Lok. Ähm, ich beobachte das nochmal, aber ich gehe davon aus, dass ich eine Lok setzen muss, weil, äh, Grün momentan schon ziemlich weit ist und halt kein Kreis fährt. Deswegen, äh, bedeutet das, wenn man hier ist, hat man den längsten Weg nach dahin und normalerweise wäre der Weg halt, äh, immer schön verteilt, gleichmäßig. Theoretiklich. Wir haben schon die Hälfte von dem Benötigten. Ähm, das gefällt mir sehr gut. Und bekomme eine neue Lok und ich, dadurch, dass ich keine Tunnel bekomme, nehme ich eine Bahnlinie. Ich muss das nämlich, äh, zur Not irgendwie kompensieren, falls, äh, da zu viel passiert. So, dann setze ich da einfach mal eine neue Bahnlinie hin. Da haben wir nämlich alles drei drin. Und das schaut gerade nicht gut aus mit Grün. oder tut es das? Nein, tut es definitiv nicht. Ähm, ich würde dich gerne in die andere Richtung fahren haben. Und nicht jetzt schon verlieren. Bitte, danke schön. Und stehenblau noch ein Waggon geben. so weit. Da ist es gerade ein bisschen mau. Ablegen, aufnehmen, das ist sehr gut, sehr gut. Ähm, die möchten halt alle zu den Plusen. Ja, ich könnte, ich könnte, ich könnte Grün hier aus der Verantwortung rausnehmen. Beziehungsweise die bis da hinsetzen. Ähm, dann haben die nämlich nicht weniger Weg von denen, die zum Plus wollen, zum über, wo ist das Plus überhaupt? Da, auf blau. Oh, ich hoffe, man hat das nicht gehört. Wenn ja, das war gerade mein Magen. Da wird es ein bisschen voll. Wir haben eine neue Lok und wir bekommen Tunnel. Das finde ich jetzt natürlich sehr gut. Also, tue ich wirklich. Klang sehr sarkastisch. So, du gehst da hin. Äh, ich brauche eine weitere Lok bei hier. Hm, ich brauche eigentlich überall eine weitere Lok, merke ich gerade. Äh, ich setze dich einfach mal da auf einen ewigen Kreis. Und dich hier auch. Zack, zack, zack. so, ich glaube, das dürfte jetzt ein bisschen besser fahren. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe es. Hier ist halt immer ganz, ganz viel los. Hätte ich einen Umsteigebahnhof, dann würde ich ihn, glaube ich, da einsetzen müssen. Momentan läuft es aber noch gut. Wir sind schon bei den über 500. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Das heißt, ich muss, äh, diesen Part hier nicht abbrechen und neu machen. Hoho. Oder sonst was. Äh, du, dahin. Ja, das ist schon ziemlich... Also blau regelt das noch. Ähm, bin ich auch sehr froh darüber, dass blau momentan die einzigen sind, die, äh, wirklich mit Sonderklamotten zu kämpfen haben. Auf ihrer Strecke. Aber ich müsste vielleicht ein Waggon auf orange legen. Oder da, da habe ich ein Lock und ein Waggon. Gut, dann gebe ich blauen Waggon und, äh, gar nicht. Ähm, warte. So, blauen Waggon und gelben Zug. Äh, orange. Orange, gelb, lila, alles das gleiche. Ich glaube, das hat man jetzt gehört. Entschuldigung, das ist mein Magen. Ich bin hungrig. Ähm, hier geht es so ein bisschen den Bach runter. Ja, das läuft jetzt einmal voll. Da, ja. Kann ich nicht. Also, ich könnte bestimmt was tun, würde ich jetzt nochmal ganz schnell umklären, aber nee. Haben wir das, äh, hinter uns gelassen? Das war St. Petersburg. Ähm, einfach nur ein bisschen schwieriger als, äh, sonst was. Und deswegen, ich finde halt, äh, kann ich, oh, ich kann sogar ziehen. Mensch, das habe ich jetzt auch mal endlich nach 10 Spielstunden oder sowas erfahren, dass ich einfach nach links und rechts ziehen kann, statt immer auf die einzelnen Dinger klicken zu müssen. Warte, ich kann auch einfach, äh, mit Motion, Swoosh, Swoosh, Swoosh. Ihr könnt es natürlich nicht sehen, weil meine Maus nicht mit aufgenommen wird, aber Swoosh. Wir haben hier London. Ähm, da haben wir auch nur sehr wenig. Ja, also, Paris bin ich stolz drauf, das habe ich sehr gut gemacht, aber dadurch, dass wir erst bei 10 Minuten sind, beziehungsweise nicht mal, wir sind, äh, nicht mal bei 9,5 noch, ähm, ich würde gerne sagen jetzt, aber ich habe noch ein bisschen, äh, Audio-Material davor, das heißt, ich kann nicht sagen, wann wir 9,5 Minuten haben. Ich sage einfach mal jetzt! Kann ich ja vielleicht in einer Post-Production sehen. Ähm, ich hoffe, man hört das gerade wirklich nicht. Jesus. Äh, wir gehen weiter nach Kanada, vom einen kalten Norden in den nächsten, nach Montreal. Planen wir eine Metro, sodass all die Insel-Montrials miteinander verbunden sind. Da haben wir den kleinen Tipp, wir brauchen wieder 500 Passagiere. Und, los geht's! Wir fangen natürlich wieder mit dem schönen Grün an. Ähm, man könnte meinen, die liebste Farbe dieses Spiels, ich bin mir nicht mehr sicher. Äh, da nehmen wir einfach eine zweite Bahn, ansonsten würde es zu viel Weg sein. Es ist erstaunlich, ähm, wie langsam das im Vergleich zu, ich glaube, das war, äh, Hongkong? Ich meine, das war Hongkong. Wie langsam das im Vergleich zu Hongkong hier erst, äh, rausfadet, sodass man das eigentlich kaum mitbekommt. Zumindest, äh, am Anfang, dass das hier ein bisschen, äh, alles enger wird. Muss ich auch sagen, hab ich, äh, mich beim ersten Spiel wirklich gefragt, sag mal, wird das gerade kleiner oder nicht? Hm, 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 bis ich dann merkte, oh ja, es wird natürlich kleiner, ich Idiot. Warum auch nicht? Die ganzen kleinen Inseln. Hat Kanada so viele Inseln? Weiß ich nicht mal. Sollte mir vielleicht mal, äh, Atlanten suchen und dann einfach mal, äh, eine Karte von Kanada aufschlagen oder Google fragen. Google ist ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, das ist, äh, ziemlich revolutionär, das Teil. Ähm, das ist so, 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 da richtig viel, ne? Da kann man nach allem suchen auf dieser Welt und es steht nahezu alles unter Google. Müsst ihr mal ausprobieren, ich, äh, glaub ich, pack mal den Link für Google in die, äh, Infobox, ne? Draufklicken, nachschauen, vielleicht selber entdecken. Äh, ich kann gar nicht, äh, behaupten, wie sehr, ähm, es einem hilft, besonders wenn man lernt, ne? Ja, für die, die noch in der Schule sind, Google, da, ihr findet, zu jedem Thema, bei das man ein Referat halten müsste, alles. Mindblown. So, währenddessen, äh, Kanada ist ein bisschen langsamer als, äh, Sankt Petersburg, beziehungsweise Montreal ist, äh, ein bisschen langsamer als Sankt Petersburg, hab ich das Gefühl. Es stört mich erstmal nicht, ähm, einfach aus dem Grund heraus, ich mag es nicht hektisch. Äh, ich hab da noch kein Viereck drin. Da hab ich einen Kranken, äh, Wagen gehört. Ich könnte das jetzt natürlich zum Kreis verbinden. Ähm, bei Grün, ich glaube, ich werde, sobald ich hier irgendwie ein Viereck habe für Grün, werde ich da rausgehen. Nehme ich noch, ich nehme noch ein Waggon mit. Hm. Ich glaube, eine Bahnlinie wäre besser, wenn wir mit mehr, ja, verdammt. Also, ich hab die Karte von Kanada nicht mehr im Kopf, die für, äh, von dem Spiel verwendet wird, wie die Karten aufgebaut sind. Äh, aber ich glaube, dass einzelne Bahnlinien besser sind, wenn schon mit, äh, von Inseln geredet wird, dass man quasi, ähm, zum Beispiel, man sieht ja jetzt hier, ach, hier sieht man immer aus nicht, ähm, da, da, wo das, äh, Orangen ist, dass man da quasi eine komplette Bahnlinie macht und das dann halt nur rudimentär verwendet über ein, zwei Stationen, indem man auf andere, äh, Dings übergeht. Dass ich quasi jetzt alles, äh, auf der Insel, wo Orange ist, äh, in Orange mache und dann halt gelb, sagen wir, mit dem Kreis verbinde und, äh, vielleicht noch, äh, dem, ich muss das jetzt mal so machen, dem Kreis verbindet. So, da haben wir jetzt, äh, unser erstes Special. Scheint so, jetzt wieder Orange langsam ein bisschen Platzprobleme bekommen. Äh, deswegen setze ich da einen zweiten drauf. Ja, das zieht gerade ein bisschen an. So, eine Lok und eine Bahnlinie nehme ich schon mal. Ähm, Gelb kann bitte da langen. So. Und dann auch Kreise fahren jetzt. Damit hat Gelb nämlich wieder ein Quadrat drin und ich muss Orange nicht zu, äh, so richtig einstellen. Da habe ich noch mein gelbes, äh, Kreiserschle. Wir haben noch zwei Tunnel. Ich benutze mal einen schon mal vorsorglich. Nein! Äh, Fehler. Ein vorsorglich, um das zu machen. Dann nehme ich dich aus der äh, Gelben Verantwortung raus und setze dich da hin. Dafür packe ich dich in die orangene Verantwortung mit rein. Und ich glaube, ich packe auch einen zweiten Zug auf Gelb schon mal. Hm. Da haben wir jetzt ein Viereck. Ja, das... Hm. Eigentlich könnte ich das jetzt aus Gelb rausnehmen, äh, aber ich hätte gern mindestens einen Bahnhof, wo sich alle meine drei Linien überkreuzen. Äh, ja, das passt so. Einen Tunnel hatten wir noch übrig. Grün ist natürlich sehr gechillt momentan, ähm, dadurch, dass es, äh, zum Großteil von Orange abgedeckt wird. Äh, eine neue Lok und... ähm, wie mache ich das jetzt? Nehme ich den Waggon oder noch eine Bahnlinie? Ich glaube, ich nehme den Waggon, weil ich muss ja immer eine Lok in der Hinterhand halten. für, äh, äh, etwaige Fälle. Falls ich die neue Bahnlinie legen muss, dafür halt. Ich könnte auch... Da ist jetzt gerade ein bisschen so optimal. Ich habe nämlich keine Tunnel mehr. Dann mache ich das jetzt mit Gelb anders. So, Gelb ist mit auf dieser Insel. Und... Dich lasse ich nach... von da nach da nach da nach da nach da. Dann habe ich da jetzt eine Linie erstmal. Ähm, es wäre natürlich klüger, das mache ich jetzt auch mal, das mache ich jetzt auch mal, weil das klüger wäre, dich zu einem Quadrat zu schicken, damit ich ja mindestens die drei Grundgeometrie-Form abgearbeitet habe. Und ich gebe dir ein Waggon mit. So, grün hat da eine weitere Haltstelle bekommen. Ich könnte dich auch zu dem Tropfen schicken. Das dürfte kein Problem sein. Mir gefällt natürlich nicht, dass das, äh, Dreieck so aufgebaut ist, also dass es hier steht. Äh, ich glaube, ich glaube, der Waggon... Ich spekuliere jetzt einfach mal. Ich glaube, der Waggon ist besser auf, ähm, Einzelfahrtsstrecken. Ne? Ähm, ich meine auf Kreisstrecken, auf Ringbahnen quasi, als, äh, auf solchen, ähm, Dead-End-Strecken. Ich glaube, man braucht, oder er ist nicht unbedingt besser, sagen wir es so, aber man, äh, kompensiert halt nicht so sehr den Verkehr. So, ich nehme, äh, dich und, den Tunnel. Damit kann ich nämlich jetzt dich da rausnehmen, so, und damit nach da oben kommen. Oh, guck mal, das wird zu einem langen Tunnel. Das ist sehr gut. Äh, falls man versteht, versteht, was ich überhaupt damit meinen wollte. Ähm, um das nochmal versuchen, um das nochmal ein bisschen klarer zu strukturieren. Ähm, man braucht halt eine höhere, äh, Dichte von, ähm, bewegenem Verkehr, sprich, sprich, man braucht mehr, ähm, Züge, äh, um quasi, wenn man eine einzelne Strecke hat, äh, beziehungsweise keinen Ring hat, wenn man hier ist quasi, denken wir uns mal erweckt, dass ich das da gerade verbunden habe, wenn man hier ist, und da unten läuft es voll, dann hilft es nicht, wenn man hier oben ein Waggon hat, sondern, ähm, hilft es, wenn man einen zweiten Zug hat, der, äh, in die Richtung abdüßen kann. Völlig losgelöst von der Erde, quasi. Gut, nicht gut. Äh, ich habe keine Chance, da irgendwie noch mit einer zweiten Linie dran zu kommen. Ah, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Dafür bräuchte ich nämlich zwei Tunnel. Und sonst komme ich da auch nicht ran. Ja, 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 ich bräuchte mehr Tunnel. Da wird es ein bisschen voll. Gut, das wird ja auch, sollte auch zum Umsteigebahnhof werden. Wenn ich die Gelegenheit dazu hätte. Ähm, oder auch nicht. Ich weiß, ich, ich bespare die mir halt immer lieber auf. Du wirst jetzt darüber fahren. Grün hat momentan sehr wenig Verkehrsaufgebot, einfach weil das, ähm, sagte er, und währenddessen wurde da der Kreis ewig voll. Äh, nehme ich noch einen Waggon. Ja, eine Bahnlinie hilft mir nicht, weil ich mit den Tunneln, ähm, in den Grün komme. Ich glaube, ich sollte demnächst auf blau mindestens ein Waggon noch ansetzen. Werden wir sehen. Problematisch wird es natürlich, wenn es hier anfängt für mich, ähm, Zeug zu geben, weil dann müsste ich eine neue Bahnlinie haben, aber ich, jetzt habe ich es heraus, jetzt hat es darauf beschworen, du. Das ist jetzt gerade nicht gut. Ähm, wenn ich dich nämlich darüber ziehen, das brauche ich ein Extra-Tunnel. So, wie lösen wir das Dilemma jetzt? Das Dilemma. Ähm, indem wir das so machen müssen, leider. Damit habe ich leider wieder einen Ring verloren. Habe ich irgendeine Überführung, Unterführung, die unnötig wäre? Es macht eine... Hm. Ah. Krummel. Ne, ich muss das leider so machen. Das ist natürlich jetzt, äh, sehr, äh, zu meinem unliebsamen sein ausgedrückt. Da läuft es mir gerade voll. Gut. Das kann ich nur beheben, indem ich da einen, äh, weiteren Zug dran setze. Die Strecke. Da bringt mir ein weiterer Waggon herzlich wenig. Also, er bringt mir ein bisschen was, aber er bringt mir leider nicht genug. Da muss ich auch einen Waggon dran setzen. Ähm, das ändere ich so ab. Da ist mir direkt noch einer mit draufgeploppt. Gut. Äh, nicht gut natürlich, meine ich damit. Lock. Tunnel. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Ne? Stopp dat! Zack, zack. Ich kann wieder Kreise drehen. Das ist sehr, sehr gut. Oh, du willst mich doch verhuhnepiepeln? Da unten! Also, ihr seht's nicht, aber, also, ich kann's euch nicht zeigen. Ihr seht's schon, glaube ich. Hoffe ich. Seien ihr, äh, benutzt mich nur als Vörspiel. Äh, ähm, ja, wie mach ich das jetzt? So, so, so. Anders geht's ja wohl kaum. Nicht gut. Sehr nicht gut. Überhaupt nicht gut. Wenigstens hab ich ein Tunnel bekommen. Das ist schon mal ein Vorteil. Also, zwei Tunnel bekommen. Damit konnte ich halt wenigstens weiterarbeiten. Orange schlägt sich noch ziemlich okay. Wenn man bedenkt, was es alles hat. Ähm, grün nehm ich, glaube ich, ein Waggon weg. Und pack den zu gelb. Weil gelb halt keinen Kreis hat. Mehr. Und ich deswegen jetzt, äh, also je später man im Spiel ist, ähm, desto mehr Aufkommen hat man an Personen. Ähm, gleichzeitig hat man aber auch, äh, benötigt man eine höhere, ähm, Befahrungsdichte. Falls man das so sagen kann. No, du fährst in die falsche Richtung. Äh, das, Jesus. Okay, gut. Ich bräuchte jetzt unbedingt, ähm, Umsteigebeinhöfe. Ich glaube, das ist gleich das Ende für mich. So. Du, da bekommst du da noch einen. Und, so. Das sind jetzt einfach nur noch Löcherchen, die ich stopfe, die, ähm, um ein bisschen meine Fahrtzahl hochzuboosten. Ja, der ist halt viel zu voll. Oh, der Ome ist zuerst vollgelaufen. Okay. Gut. Haha. Aber das wär's dann auch hiermit. Also, wir haben jetzt in Montreal 1100 und in St. Petersburg 830 Passagiere befördert. Das heißt, uns bleiben nur noch drei, ähm, Gebiete übrig. Und, dann möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen. Und, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir einen Daumen hoch da lassen. Wenn ihr mich, wenn ihr meine Stimme toll findet und sie weiterhören, sehen möchtet, dann könnt ihr mich auch abonnieren. und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minimetro. Bis dahin und tschö tschö.